Ich erkläre jetzt, wie es geht, die vier inneren Anteile zu bestimmen. Es fördert die Beziehungskompetenz des Paares, wenn das Paar jeder für sich selber seine eigenen vier inneren Anteile bestimmt. Das Paar erkennt später, wenn beide vier inneren Anteile am Schatten zusammengelegt werden, wie beide durch das Streiten die Kindheitswunden zudecken. Und zwar ist es durch die vier inneren Anteile möglich, dieses sogenannte innere Arbeitsmodell von Beziehung zu entschlüsseln. Es gibt ja die Bindungstheorie und die erklärt, dass ein Mensch in früher Kindheit eine Vorstellung davon entwickelt, wie Beziehung funktioniert. Und das wird dann auch im Gehirn gespeichert, aber die Menschen haben meistens keine klare Vorstellung davon. Und die vier inneren Anteile ist eine ganz tolle Möglichkeit, damit jede Person so ein Schema dann hat oder ein Bild hat oder eine Vorstellung, wie das innere Bindungsmodell aussehen könnte. Ansonsten würde das eben ein ganz abstrakter Begriff bleiben und davon hat das Paar nichts. Deswegen ist es gut, wenn jeder selber das entdecken kann, was im Inneren passiert. Die vier inneren Anteile sind im Prinzip eine Abbildung, wie die Eltern auf die Gefühle des Kindes reagiert haben und was das Kind daraus gemacht hat, also wie es sich dazu eingestellt hat. Gleichzeitig gibt es ja auch noch die Diagnostik der fünf Grundkonflikte und das ermöglicht Rückschlüsse darauf, wenn zum Beispiel ein Mensch sich nicht mehr daran erinnern kann, was in der Kindheit tatsächlich passiert ist. Es gibt drei Thesen aus der Bindungstheorie, die sehr interessant sind für die vier inneren Anteile. Und zwar eine sichere Bindung führt zu einem umfassenden Gefühl des Vertrauens in sich selbst und andere. Und die meisten Paare, die wegen Streit in die Partnerschaft kommen, haben ja genau das nicht. Und das Vertrauen in die Verlässlichkeit und die Verfügbarkeit in andere Menschen oder eben, dass die Erfahrung des Gegenteils bleibt später erhalten und zeigt sich dann in der Beziehung. Und die Menschen erwarten immer in der Beziehung auch, dass es ganz, ganz ähnlich ist wie damals in der Kindheit, dass also die Reaktionsformen immer noch die gleichen sind und produzieren das letztendlich dann auch in der Partnerschaft. Menschen, die traumatisiert wurden, haben einen speziellen Bindungsstil. Es gibt ja sicher gebundene Menschen, unsicher gebundene Menschen, ambivalent gebundene Menschen und vermeidend gebundene Menschen. Das sind verschiedene Bindungsstile. Und traumatisierte Menschen haben diesen speziellen Bindungsstil, der nennt sich desorganisiert gebunden. Das sind Menschen, die so diese gestörte Selbststruktur haben, die sich also in sich selber ganz unsicher fühlen und hin- und hergerissen sind zwischen diesem Wunsch nach Nähe und zwischen der Abwehr genau dieser Nähe, zwischen dem Wunsch nach Schutzbedürfnis und haben aber dann trotzdem Angst vor der Nähe und wehren das dann wieder ab. Und die sträuben sich gegen den Partner und machen ihm gleichzeitig Vorwürfe, dass er weggegangen ist. Also das ist dieser typische desorganisiert gebundene Mensch. Und das kann man sehr gut durch die vier inneren Anteile verdeutlichen. Also der Mensch verdeutlicht letztendlich sich selber, wie bin ich in meinem Inneren. Und das ist sehr viel wirkungsvoller für die Person, als wenn wir von außen sagen, so ist es, dass die Person sieht, wie bin ich. Und wenn wir jetzt die Paare, jeder für sich alleine, darum bitten, dass sie ihre vier inneren Anteile machen, ihr Bindungsschema erkennen, dann erhöht sich dadurch die Beziehungskompetenz. Und zwar, wenn ich mein eigenes Bindungsschema anschaue, meine eigenen vier inneren Anteile, erhöhe ich dadurch meine Selbstwahrnehmung. Wenn ich das Gleiche anschaue bei meinem Partner, also wie kommt es dazu, dass der Partner so oder so innerlich in dem Beziehungsmuster ist, dann erhöhe ich meine Empathie, also die Einfühlung für das, was im Anderen passiert. Wenn wir jetzt diese Kindheitsmuster anschauen und die Auswirkungen der Kindheitsmuster auf die heutige Partnerschaft, dann erhöhe ich dadurch die Beziehungskompetenz. Weil wenn wir das nachher bei den beiden Schattenanteilen zueinander legen, wird deutlich, wie genau dieses Beziehungsmuster zu den Krisen in der Partnerschaft führt. Und wenn die beiden jetzt in der Lage sind, zwischen ihren eigenen Reaktionsformen und dem, was sie im Partner auslösen, unterscheiden können und dem, was der Partner in ihnen auslöst und wie sie darauf reagieren, wenn sie das klar unterscheiden können, was ist mein Anteil, was ist der Anteil des Partners, dann erhöht sich der Grad der Differenzierung der Person und von beiden. Und wenn die beiden jetzt in der Lage sind, durch die Schattenüberwindungsübung das zu verändern, dann sind beide in der Lage, eine bewusste Partnerschaft aufzubauen und das hat natürlich eine ganz andere Qualität, als in den eigenen Beziehungsmustern immer wieder festzustecken. So sehen jetzt die vier inneren Anteile aus. Wir haben hier das innere Urteil. Wie urteile ich über mich oder meinen Liebsten, meine Liebste? Dadurch drückt sich sehr viel aus, welche Botschaften die Eltern uns früher gegeben haben. Aber hier bei den vier inneren Anteilen fragen wir die Klienten, spür mal nach, wie urteilst du über dich? Wie urteilst du über andere? Und da findet die Person dann für dieses innere Urteil eine Gestalt. Eine Fabelfigur, eine Figur aus einem Märchen oder aus einem Film oder man kann auch ein Tier nehmen oder eine Fantasiegestalt letztendlich und dafür auch ein Adjektiv. Also wie ist zum Beispiel diese Hexe? Also ist diese Hexe sadistisch oder ist sie hinterlistig oder wie auch immer? Oder ist der Richter böse, besserwisserisch oder allwissend oder kategorisch? Und dann auch dieser Gestalt immer auch eine Aussage in den Mund legen. Besser ist eine Du-Aussage. Du bist ein Versager, reiß dich mal zusammen, jetzt stell dich nicht so an, sowas in der Richtung. Also jede dieses innere Urteil und nachher auch alle anderen Anteile erhalten jeweils immer eine Figur. Ein Adjektiv erhält diese Figur und dann am Ende eine Aussage. Und dafür gibt es dann ein spezielles Arbeitsblatt, dass man das auch nicht vergisst. Also die meisten Klienten vergessen dann einen Teil, das Adjektiv oder die Aussage. Und dann gibt es das Ich-Ideal. Also das innere Urteil führt dann dazu, dass dieser Mensch sich anstrengt, so oder so zu sein und entwickelt dann dieses Ich-Ideal oder auch die Pseudopersönlichkeit. Wie zeige ich mich nach außen oder gegenüber meinen eigenen Eltern oder gegenüber diesem eigenen inneren Urteil, um dann doch Anerkennung zu bekommen? Und da frage ich dann danach, wie ist dieses Ich-Ideal? Finde dafür mal eine Gestalt wieder aus dem Märchen oder aus irgendwelchen Fabeln oder irgendwelche Filme oder was auch immer oder auch aus einer Fantasievorstellung. Das kann natürlich auch die rechtschaffende Mutter sein. Ich kümmere mich um alles, wäre dann die Aussage. Oder bei dem inneren Kind sind es dann meistens weggesperrte Anteile, kindliche Anteile, die man nicht mehr wagt zu zeigen. Und dann vielleicht das fleißige Lieschen oder das verträumte Elfchen oder der kleine geprügelte Michel. Aber wichtig ist, dass dieser innere Kindanteil nicht aus den Augen der Eltern betrachtet wird. Weil die Eltern haben ja manchmal eine Vorstellung von ihrem Kind, sagen dann ist das vielleicht eine Kakerlake, was auch immer abzulehnendes. Das innere Kind ist etwas sehr Wertvolles und muss weggesperrt werden, zum Teil auch um geschützt zu werden vor den Eltern. Also diese negative Vorstellung von diesem inneren weggesperrten Kindanteil ist meistens durch die Augen der Eltern betrachtet. Und deswegen sollte man die Klienten ermutigen, diesen inneren Kindanteil zu finden, der geschützt wird, der weggesperrt ist. Natürlich ist dieser weggesperrte Anteil nicht immer nur schön und liebevoll, sondern dieses innere weggesperrte Kind hat auch Trotz oder Wut oder Trauer und dafür wieder dann ein Wesen finden. Was auch immer. Das Zündholzmädel oder das kleine Häschen oder das verlorene Schweinchen oder sonst irgendwas. Und da wieder auch eine Aussage, ich wage mich nicht, mich zu zeigen oder niemand hat mich lieb oder ich wünsche mir ein Zuhause oder ich möchte lebendig und fröhlich sein. Also da wieder eine Aussage finden, was dieser Mensch, der die vier inneren Anteile findet, niemals zu sagen wagen würde. Also dieser Satz oder dieses Wesen darf einfach nicht leben. Das ist ganz wichtig bei dem inneren Kind. Und bei dem Schatten ist es der Anteil, den wir nicht zeigen, der immer wieder rauskommt, den wir etwas, was wir an uns selber nicht mögen, ein Symptom oder eine Verhaltensweise und dafür wieder auch ein Wesen finden und ein Adjektiv und eine Aussage. Also das innere Urteil erkennt man meistens an diesem kritisch einengenden Eltern-Ich. Also das ist etwas von oben herab. Es ist bewertend, es ist kategorisierend, es ist oftmals auch abwertend. Also es ist eine beurteilende innere Stimme, daran erkennt die Person ihr inneres Urteil. Und es sind oftmals sehr einschränkende Anweisungen. Das sollst du sein und so sollst du sein. Und diese Bewertungen enthalten oftmals auch Moralvorstellungen, was man nicht tut oder wie man sich fühlen sollte oder dass man sich schämen sollte. Dann das I-Ideal ist der Anteil, den wir nach außen zeigen, um Anerkennung zu bekommen, dem Gefühl zu entsprechen, wie man sein sollte. Und wie man sich nach außen darstellt, hat natürlich auch viel damit zu tun, dass man auf wahre Empfindungen verzichten muss, sonst kann man ja nicht so sein. Und es kann auch wie eine Maske wirken, also hinter der ich mich dann verstecke, wie ich wirklich bin und wie ich mich nach außen zeige, obwohl ich im Inneren vielleicht traurig bin, zeige ich nach außen ein lächelndes Gesicht. Und oftmals fühlt sich diese Person in diesem Teil des Persönlichkeitsanteils entfremdet und leer und nicht echt und nicht authentisch. Dann das verletzte, eingesperrte innere Kind. Das sind meistens Gefühle von Einsamkeit, Isolation oder Enttäuschung oder Wut. Da fühlt es sich klein und unverstanden. Da sind auch Schmerzen und Trauer. Und dieser Teil ist, wie gesagt, verborgen und da fühlt man sich unwert oder hat starke, intensive Gefühle, die man nicht wagt zu zeigen. Bei Männern sind es oft Traurigkeit oder auch eigene Wünsche, manchmal auch das Gefühl, sich nicht abgrenzen zu dürfen. Oder ohnmächtig und klein zu sein, das darf nicht mehr gezeigt werden. Oder sich überhaupt nicht mehr handlungsfähig zu fühlen. Also ungeliebt und ausgegrenzt oder beschämt und gedemütigt. Das sind oft diese Anteile im eingesperrten inneren Kind. Und das sind wichtige Gefühle, die wir wieder retten sollten. Und meistens streiten sich ja die Paare genau an dem Punkt, weil der Partner sagt, ja, aber du fühlst dich doch auch manchmal klein. Nein, das ist so nicht. Deswegen ist dieser Anteil speziell zu retten und gleichzeitig wird er am heftigsten verteidigt, dass er eben nicht mehr spürbar wird, weil die Eltern ja genau diesen Anteil im Kind am liebsten weggehabt hätten. Deswegen schützt das Kind diese Gefühle. Oder der Erwachsene später dann auch. Der Schatten ist der destruktive innere Anteil. Da werden Gefühle, kommen dann immer wieder zum Ausdruck, das sind manchmal auch Süchte oder Schmerzen oder Krankheitssymptome oder Schlafstörungen oder spezielle sexuelle Praktiken oder Lügen oder den Partner hintergehen. Und dafür wieder eine Gestalt finden. Das ist sehr viel sinnvoller, als man nur sagt, das ist ein Lügner, sondern dann überlegen, was ist das denn für ein Lügner? Welche Gestalt könnte denn dieser Lügner haben? Normalerweise sind die Klienten sehr gut in der Lage, das selber zu definieren und das braucht eine gewisse Zeit, bis man das alles zusammen hat. Also manchmal braucht eine Person wirklich eine komplette Stunde, um alle inneren Anteile definiert zu haben. Die Person auch zu ermutigen, lange nachzudenken, speziell auch über den Schatten, weil der Schatten ist ja letztendlich das SOS-Signal aus dem verborgenen inneren Kind, was da immer wieder zum Ausdruck kommt. Wenn zum Beispiel ein Mensch nicht wagt zu trauern, dann ist er oft sehr depressiv. Oder wenn ein Mensch sich schämt und versucht, die ganze Kontrolle in sich zu halten, weil er vielleicht die Lebendigkeit nicht mehr wagt, nach außen zu zeigen, dann ist er nach außen vielleicht ein Kontrollfreak oder hat Zwänge. Es gibt auch Klienten, die Zwänge haben, die fünfmal nach Hause fahren müssen, um zu schauen, ob das Bügeleisen aus ist. Das kann man dann in so eine Gestalt reinräumen. Wie gesagt, das darf man gerne der Fantasie der Personen überlassen, da was zu finden. Wenn wir das jetzt alles in diese Übersicht eintragen, also das innere Urteil, das Ich-Ideal, das eingesperrte Kind und den Schatten, dann haben wir dieses innere Arbeitsmodell von Bindung zusammengefunden, weil wir daraus dann natürlich später dann die Beziehungssätze machen, weil immer der Schatten, beide Schatten von beiden Partnern aneinander geraten. Zum Beispiel jemand, der immer sehr depressiv ist, stößt vielleicht auf jemand anderen, der sich kümmert und macht und tut und bei dem Depressiven vielleicht nichts erreicht und dann kommt es dann doch zu Vorwürfen, ja, aber ich kümmere mich so doll um dich. Oder der Schatten ist Alkoholismus und der andere macht ihm die bittersten Vorwürfe und wird jähzornig. Der Schatten des anderen kann der Jähzorn sein und der Schatten des anderen eben der Alkoholismus. Und das innere Urteil ist immer der Teil, den wir dann diesem Schatten des Partners entgegenbringen. Zum Beispiel das innere Urteil des Jähzornig kann sein, du bist ein Versager und das innere Urteil von demjenigen, der Alkoholiker ist, kann sein, ich bring's so gar nichts. Dann kann der Partner, der das Alkoholproblem hat, dem anderen sagen, du bringst es so gar nichts, obwohl du so jähzornig bist, bringt es gar nichts. Und derjenige, der jähzornig ist und sagt, du bist ein Versager, könnte er dem Alkoholiker entgegenbringen. Und so führt es dann letztendlich dazu, dass beide sich furchtbar streiten. Und der eingesperrte Anteil zum Beispiel bei dem Alkoholiker könnte ja sein, die absolute Verzweiflung, das niemals gesehen worden sein als Kind, immer ausgelacht und ausgesperrt worden zu sein. Und bei dem Jähzornigen könnte es sein, da musste immer der Mama zuhören und ist an ihnen ganz klein und ganz verzagt. Und dann sollen diese Anteile letztendlich vor dem Partner verborgen werden. Und das Ich-Ideal, also die Pseudopersönlichkeit, spielt in längeren Partnerschaften eine weniger große Rolle, weil das sehr schnell entlarvt wird. So toll bist du gar nicht. So eine tolle fürsorgliche Mutter bist du gar nicht. Schau mal, da hast du wieder versagt. Also diese Ich-Ideale ist das schnellste, was aus der Beziehung rausfliegt. Das versucht man dann natürlich aufrechtzuerhalten, aber das gehört dann in den Bereich, wo jemand im Traumhaus-Symbol in der Fluchttreppe hängt. Deswegen werden immer die beiden Schatten einander gegenübergestellt und das innere Urteil gegen den Partner gerichtet oder auch mal gegen sich selbst, also gegen den eigenen inneren Schatten. Oder auch gegen das innere Kind, was eingesperrt bleiben soll, eingesetzt. Ja, und dann gibt es jetzt diese Arbeitsblätter. Da werden die ganzen Sachen eingetragen. Also da kommt das Wesen rein, da kommt das Adjektiv und die Aussage bei dem Urteil und bei jedem einzelnen anderen inneren Anteil auch. Und diese Darstellung kann man dann ausdrucken und den Paaren zur Verfügung stellen, die Frau und dann später auch der Mann. Das zeigt man den beiden. Oder wenn man eine Frauen- oder ein Männerpaar hat, kann man dann entsprechend das so ausdrucken, dass jeder sich da wiedererkennt. Die Bette sind jetzt so schön aufgebaut, bei Mann und Frau, dass wenn man das ausdruckt, ausfüllt, kann man es direkt aneinanderlegen, dass man das dann nachher gegenüberstellen kann, um die Dynamik nachher auch des Paares herauszufinden. Dieses Bindungsschema der einzelnen Personen wird dann später auf die fünf Grundkonflikte bezogen. Zum Beispiel, der Mann könnte jetzt sich klein fühlen und das nicht mehr zeigen als inneres Kind und im Urteil sein wie, reiß dich zusammen, du taugst nichts oder sonst irgendwas haben. Und der Schattenanteil kann jetzt sein, sich rauszulavieren. Und wenn man das dann auf die fünf Grundkonflikte anwendet, wo es zu jedem Bindungstyp auch immer aufgeschlüsselt, nach den vier inneren Anteilen, alle Charaktereigenschaften zu jedem Urteil, Pseudepersönlichkeit, Kind und Schatten, je nach Emotionskonflikt, gibt es so eine Übersicht. Und dann kann man damit wunderbar Diagnostik machen und herausfinden, was mag die Beziehungsdynamik dieses speziellen Menschen gewesen sein und kann dann mit dieser Person sehr viel besser umgehen nachher in der Paartherapie. Weil wenn wir zum Beispiel einen Menschen in der Wut haben, der als Angstkonflikt ist, ist das eine ganz andere Wut. Die Verzweiflungswut ist eine ganz andere Wut, als wenn wir hier einen Ärgertypen haben, der da dominieren möchte. Oder wenn wir einen Menschen haben, der in der Wut landet, aber einen D-Typen, der ja manipulativ ist, so lange, bis der Partner nicht mehr kann, als auszurasten. Und wenn wir das alles wissen, dann ist das so, so wertvoll, das von den Klienten gefüllt zu haben. Weil wie gesagt, später wird das ja aneinandergelegt. Und dann gucken sich die Paare ihre Dynamik an. Die beiden Schatten liegen einander gegenüber. Und so hat man dann einmal in seinem eigenen Muster die Selbstwahrnehmung, wie bin ich, wie bin ich geworden. Man hat ja vorher auch das Emotionsskript gemacht und kann es dann nochmal vergleichen, inwieweit die vier inneren Anteile und die Aussagen aus dem Emotionsskript, inwieweit das ganz ähnlich ist. Oder auf der anderen Seite liegt dann die Partnerin und dann kann man das gucken, ach so bist du, ach du bist deswegen so wütend schon mal, weil du so verzweifelt bist, weil du dich so sehr nach Nähe sehnst und dich nicht wagst, das zu sagen und nicht, weil du mich unterdrücken möchtest. Und dann wird man auch empathisch für den Partner. Und wenn man das dann noch anschaut, welche Bedeutung das hier bei den beiden Schatten hat, also was trage ich eigentlich auf dieser sogenannten Dramabühne mit meinem Partner aus, nur um mich nicht mit meiner Angst vor Nähe auseinandersetzen zu müssen, nur um mich nicht mit meiner Angst, klein und unbedeutend zu sein, auseinandersetzen zu müssen. Wenn man das nämlich angeht und wenn man aus dem Schatten aussteigt und wenn das beide gemeinsam machen, dann führt das zu einer größeren Differenzierung und hier dieses Symbol mit diesem Topf, der da so innen drinnen bodelt, das ist das Symbol dafür, dass die Person, wenn sie sich mit diesen Dingen auseinandersetzt, dass sie da in sich reift und natürlich auch ein Feuer in sich fühlt, was sie eigentlich nicht fühlen möchte, aber genau das führt dazu, dass ich anders in der Partnerschaft sein kann, dass ich nicht mehr den Partner ausschimpfen muss, sondern spüre, eigentlich wünsche ich mir Nähe und traue mich das nur nicht zu sagen. Und dann geht es auf den Weg in diese Sonne, dass es danach eine ganz andere Art von Partnerschaft ermöglicht. Musik Untertitelung des ZDF, 2020